Finde die Grabkammer Ach die Geschichte Das ist ganz schön dunkel Ich brauche glaube ich Licht Haben wir eine Fackel? Ich glaube ich bin hier noch nicht richtig Aber ich werde es trotzdem versuchen Für euch Weil ich glaube die Grabkammern Sollte man auf jeden Fall nicht zu Anfang machen Es sei denn die Monster sind skaliert Es gibt Höhlen Also es gibt Gegenden da ist das skaliert Und es gibt welche da ist das nicht skaliert Mit dem Level und so Und es lohnt sich meistens immer bei diesen Labyrinthen Alle Gänge zu durchforsten Denn irgendwo Ok Grabkammer gefunden Ich habe ja gerade gespeichert Oh man Ich habe mich erschrocken Alter Warte, 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 warte Weg, 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 weg Oh, 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 oh Ich sehe ihn nicht Ich habe mich erschrocken gerade Oh Warte, 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 warte Warte, warte, warte Trink was, Junge Ähm, trink was, trink was Ups Ich habe gerade geskillt Warte mal Wieso habe ich so viele Punkte frei Hallo, was ist hier los Ähm Sollte ich vielleicht mal stärker auf 15 knallen Damit ich hier mal anständiges nehmen kann Dann kann ich zumindest das nehmen Wenigstens auf 15 Ich versuch's zu tun Gww Waaa przedsiębior Gww Ah, naah 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 ich habe keinen trank mehr doch ich habe einen irgendwie schaffen das schon ich weiß auch nicht wo es hier lang gibt es war noch ein trank war doch schon ein erfasst ich hoffe ich habe noch ein paar tränke noch ein neues da sind noch zwei marge das ist einer von den momenten 4 wie viele sind was denn so komm her hier mein Voloti vor allem nicht auch mit meinem kleinen knüppel also nicht falsch verstehen vielleicht sollte ich mal speichern pass auf wir speichern auf anderen stress ich habe ich noch heiltrinkel drei fünf dann mache ich immer schnell welche das kann man ja nebenbei machen so was auch immer zehn stück von wahren herz ist ja genug freunde gelohnung für angewandte ja schön recht durch ach so wie viele gibt es denn hier noch ich weiß nicht gedacht dass das so ich dachte das sind die drei im herzen nicht zählen euer 3 ist jetzt wahrscheinlich relativ wenig aber das auch nicht relativ wenig ist wir müssen aber die Sachen durch so freu ich mich tschüss ist das schon tot? wieso machst du den nicht erst gleich hier? ja legal und dann steigen wir erst mal auf würde ich sagen aber da waren noch zwei magierteile das weiß ich die werden auch nicht ohne sein aber die können glaube ich mit dem komm doch rein mach auf die luke mach mal da hält man schon die magie da ist sie so ok speichern unter stress so schauen wir mal hm die müssten auf jeden Fall gut was geben oh die liegen ein bisschen seltsam was ist das? ah den hab ich auch hab ich den gar nicht aufgewertet den bogen ach ich hab gar keinen an ok ja nochmal 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 wie viel hab ich denn da hingeklopft? so hier muss immer einer sein das sieht man immer schön am funkeln das ist ganz gut gemacht so und da ist auch noch keiner so und da gehst du jetzt in die ecke ok jetzt zerleg ich jetzt mal das hier ganz glücklich wir haben ja Zeit aufpassen dass ich meinen da nicht verkaufe ähm so jetzt können wir noch ein bisschen aufsteigen die machen erstmal fünf hüger hier rein provisorisch so ja mit zwölf punkte schon pass auf dann machen wir steine schmelzen einen rüsten geben uns ein mythologie level 10 ach so erst wenn ich das auf 10 hab na gut dann geben wir da halt einen drauf ähm dann geben wir noch einen auf Schutz bogen ja komm knall ich die mal auf 8 so bei gleicher präzision so jetzt hab ich ein bisschen mehr ausgegeben ich weiß aber ja es ist äh es muss manchmal sein do it do it ok jetzt möchte ich gern das andere Waffenset wieder haben äh so so hallo Waffenset äh wo ist denn mein Bogen da jetzt ach jetzt sehe ich wieder nichts so schauen wir doch mal ich sehe gar nichts wo bist du das wird jetzt interessant das ist das ist das ist das ist was grünes reines wasser wenn er ein Gegengift kann ich mir irgendwo ein Gegengift machen hier eine Art von Vergiftung Warzenschwein Warzenschwein habe ich jetzt nicht so viel umgebracht Verlängerdauer in der Entwicklung Trinkestärker habe ich hier keine ich glaube das gehen auf Wasser auch interessant Windstärker Verlängerdauer macht Trinkestärker Ah hier Halt vor Vergiftung ähm Schutz gegen Gift ok kann ich die vielleicht kombinieren ok Schutz gegen Gift plus 60% weiter den schwürfe ich erstmal ja ja ok Schutz gegen Gift trinken oh das Wasser habe ich auch getrunken wollte ich gar nicht so Mist ich glaube der ist tot ich glaube der ist tot ja jetzt finde ich gut ja es steht ja noch einer wo ist das wer von hä warte holst du dich an mir leben du scheiße zu verdammt meine Zeit was macht ihr denn für Sachen wo ist meine Belohnung nicht weg ach weil die sich gegenseitig belebt haben sind sie jetzt quasi nicht sterblich gewesen und haben deswegen auch nichts hinterlassen aber wir können ja zumindest noch den Sack blöden nein schon wieder scheiße ich habe ich habe euch gerade besiegt ich zähle Schnurze voll schon wieder ja nein komm wir spielen wir gleich noch ein bisschen ja jetzt noch mal bekämpfen hallo ich sehe aber gar nichts ich sehe aber gar nichts ich sehe aber gar nichts ich kann zwar kräftig klopfen aber lalala lalala ich sehe nichts das wird ein sehr interessantes Spiel vielleicht schneide ich das auch ich würde heute mal was anderes machen ich wollte auch eigentlich gar nicht rein Freunde ich nehme auch nicht ansonsten den Knüppel ich sehe gerade gar nichts ich sehe gerade gar nichts also wenn ich gerade auch nicht sehe dann guckte ich noch die Giftschutz hat sonst würde ich wahrscheinlich überhaupt nichts von mir sehen bleib dir anlegen jetzt mach ich hier nochmal totleer warte hab ich nicht gespeichert vorher ich hätte nicht in den Sarkophag gehen sollen wir machen das gleich so ach ne ich wollte noch gar nicht raus hm da liegt irgendwo ein Magier rum den werde ich nochmal angrabbeln und dann werde ich hier raus laufen ich habe die ja alle schon gesiegt ich mache das doch nicht dreimal guck mal da liegen sie noch wo ist der Magier wo ist der Magier was sagt denn meine Aufgabenliste die Gruft das ist ganz so aus als ob ich die Grab mal gefunden hätte ich sollte mich nach Hinweis ansehen ja ja ich habe euch schon besiegt ich finde das gemein die ganzen Krempel jetzt nochmal zu machen ja oh ähm die Tür greifen jetzt an so immer auf die Kuschel der Bogen könnte ich das sogar auch schaffen aber das ist noch ein bisschen kompliziert für den Bogen so dahinten ist noch ein Magier ach ich habe mich fast erwischt wenn er mich erwischt bin ich wieder vergiftet ich habe kein Gift dran mehr d hier pfuh jetzt zeig mir was du hast mal sehen Das war nicht der Ruhepriester. Das auch nicht. Oh, die Musik hat sich geändert. Hä, was soll ich denn hier finden? Der Sarkophag ist jedenfalls eine Falle. Warte mal, ich speichere mal nochmal. Was ist denn? Jetzt gehe ich da nochmal ran. Ah, jetzt kommen sie auch nicht wieder. Okay. Wir müssen uns hier wahrscheinlich noch ein Stückchen umschauen. Hier waren wir glaube ich schon, ja. Wir sind links rum noch nicht gelaufen. Jetzt nur rechts rum. Keine Angst, ich seh durch. Ja, sieht man. Da ist der Eingang. Da will ich noch nicht hin. Wir gehen jetzt erst einmal noch mal anders herum. Ja, es ist auch nichts. In jeder Kammer muss man nämlich irgendwas Bestimmtes finden. Wahrscheinlich muss ich hier einfach nochmal anders rumlaufen. Lalalala. Aber hier ist nichts. Was sagt denn meine Liste? Ne, Magier-Gelder. Auch nicht. Gilder-Nekromanten. Schwarze Kerzen. Ach, hier die Gruft. Hinweise? Was ist denn für Hinweise? Da lag ein Magier. Wieso ist der weg? Ich hätte beim Magier nämlich was finden sollen. Oh, der Magier ist nicht mehr da. Weißt du, der Magier? Wahrscheinlich nicht. Der hätte hier liegen müssen. Freunde. Also an mir liegt es nicht. Ups, warte mal. Jetzt ist mein Gamepad gerade fast runtergerutscht vom Tisch. So. Nicht mein Gamepad, mein Mauspad. Obwohl ein Mauspad ja irgendwo auch ein Gamepad ist. Was soll ich denn mit dem... Ich glaube, ich habe was verkackt. Ich kann ja nochmal raus und wieder reingehen, aber ich glaube, dass... Pass auf, wir gehen nochmal raus. So, wir gucken einfach nochmal. Da muss doch dieser komische Magier noch liegen. Ne, er liegt nicht mehr da. Na super, das ist mein Hinweis. Oder habe ich den schon aufgehoben? Ich habe da auch keinen Hinweis aufgehoben. Ich kann nochmal gucken, aber nö, ich habe nichts. Ja, es ist ja klasse. Da ist die Quest auch ja schon mal hinüber. Ne. Wesig nicht. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie es war. So, ich lege erstmal die Fackel wieder weg. Die ist mich... Nervt mich ein bisschen. Ähm. Wo mache ich das denn? Da. So. So.